Hallo und Herzlich Willkommen zu einer Runde Wolf of Warcraft in der Silberpunkte mein Handy aufladen Akku leer gerade die ganze Clash of Clans gespielt so dann schauen wir mal haben wir heute einen Hexer dabei haben wir haben wir haben wir nicht und hier nochmal nach da Hexer den Hexer wo ist er wo ist er hier so viele Jäger das ist der Hexer nein das sind Droide ich kenne auch keinen Tauben Hexer wo ist er da 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 yes please macht er das ja hat er gemacht mal kurz verbeugen einmal kurz verbeugen und und uns vielleicht den ersten Punkt da ja ich habe ich habe ihn getrunken ich habe ihn getrunken so zack 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 und unser okay das kann mich unsichtbar machen und hoffen dass keiner kommt also scheint so dass keiner kommt also haben wir jetzt die Erflugung eingesammelt kann alle gefallen okay aufsatteln zurückreiten Nexlo holen wo ist er nexlo holen da ist er zack eingenommen schlabel oh dad es ok es ja es 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 Das war's für heute. So, da ist Gestand. Jetzt wieder nicht. Also hier ist auf jeden Fall ein Schurkel. Aber wo? Wo ist hier Kaiser? Da ist sogar ein Spike. Ja. Hab ich den Bunk noch gekriegt? Ist ja geil. Ist ja geil. Haben die sich verstohlen gemacht. Was für Erfolg hab ich da gekriegt. Aber nee, ich bin voll überein. Und dann in einem Gegner bestimmt. Teamkontrolliert den Mino, die sich weniger als 20 Meter vom Depot entfernt. Das war ja geil. So, einfach hoppen, aufs Satteln und weiter geht's. Da ist wieder der Schurkel. Oder die zwei Schurken. Oder die Schurken. aber sieht doch recht gut für uns aus, außer dass ich immer die eine Lore verlieren schien Da ist wieder der Einer Dich 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 da bin ich nicht küsse das ist aber auch fies, ach schon gewonnen oh ich war der schlechteste oh weia ich war der schlechteste naja schnell raus so ich hoffe euch hat die runde gefallen die war ziemlich schnell ziemlich kurz ziemlich gut ja ich hoffe euch hat die runde gefallen ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid bis dann wünsche ich euch viel spaß und auf wiedersehen tschüss tschüss